Der hat's hinter sich. Hat die andere Nate denn jetzt gekehlt oder was? Ist hier oder keiner? Der rätzt hinter dem Stein. Was ist das fucking Wort? Wir können doch kurz warten was da passiert, aber noch fighten die nicht richtig. Ja ich craft mal kurz zwei Bats. Jetzt craftet er wieder. Ohne Bats ist jübel. Ich hab hier, gib dir welche. Jetzt bin ich schon durch. Hier ist was los, hier lootet einer. Alter, bin ich schlecht, ey. Äh, der hat das Geld. Macht das Sinn, da herzugehen? Ne, überhaupt nicht. Doch, ich hab den auch. Aber oben ist noch einer. Keine Nate. Der rätzt den jetzt, glaub ich. Der oben hält einer? Ich geh. Ich geh. Du schießt den oben. 94 auf den oben. Der müsste greifen. Ich hab den anderen. Ich hab den anderen auch. Ist mit dem einen hier oben. Der sich verpisst. Was ist der denn? Wecker laufen vielleicht? Warte. Warte. Wir können immer noch woanders sein, ne? Hier sind wir drin. Was? Hier oben. Ich war noch nicht. Wann hab ich's gesagt? Erstmal hier sammeln, dann würde ich... Wir können immer noch zur anderen Seite raus. Oh, der ist ja fast tot. Ja. 98 auf den. Ich scanne hier noch nichts. Ich brauche mal da die Box. Aber ich wette, die haben die leer gesaugt. Ist der nicht mehr da? Doch, doch. Der hat hier gerade seine Scheiße hingeschmissen. Wir waren als erstes noch weg. Du weißt nicht, ob wir da her sollten. Aber wir müssen da her, ne? Ne, müssen wir nicht. Ne, lass mal andersrum. Aber die sind weggelaufen. Wie viel habt ihr denn da gesehen? 2. Ja, das wird schwer da reinzukommen. Ja, ich aber will die Jungs. Ich probiere links zu meinem Portal. Haben wir einen Portal? Ja. Warte mal. Ich kann ja gar nichts von dem da hin. Ja, die treppen auch nicht gut. Ah, die schießen. Ich weiß nicht, ob die probieren uns zu schnallen. Ich weiß nicht. Ich hör was da. Sind die da? Sind die da? Ich weiß es nicht. Hier könnte ich... Doch, hier ist was close. Hier ist was close. Ja, ich hab einen ult gefunden. Das ist ja auch nicht. Ich glaub doch. Hier links. Boah. Hier links. Oh, einer ist los. Oh, einer ist los. Ach so, du stehst da. Ah, das ist ein neues Team. Neues Team. Wollen wir da mitmachen? Wir engagieren das Team drinnen. Oh, los dann rein. Kommt die rechts hin hier oder? Ne, die haben beide ult. Ein Team dead. Beide tot. Alle dead? Beide tot. Ja, leider sein. Ich hab noch einen gesehen. Direkt da? Ja. Direkt hinter dem Stein. Hier ist was close. Ja, da ist auch noch was. Aber die sind nicht drinnen, ne? Doch, der ist drinnen. Kurz gepiekt. Kein Winkel auf den. Da läuft noch ein Single rein. Ah ja, bleibt nur zusammen. 17 Betschen. Läuft hier rum. Wir laufen hier rüber. Ich glaub, wir haben alle vor uns tatsächlich. Die werden sich erstmal gegenseitig zerstören, ne? Ja. Ich versuche einen Winkel zu kriegen. Hier links unten... Von rechts runter? Ja. Ja. Wieso? 219. Ist hier unter mir? Der ist noch unter dem. Aber es ist einer der Hilfe. Nee, hier ist der Hilfe. Gut. Letztes Team. Ich scanne nichts. Hier ist bei mir was. Und hier? Drop, drop, drop. Das kann ich dir nicht helfen. Oh, dann machst du das einfach allein. Hab ich ihn. Geboxt hab ich ihn. Habt ihr meinen Final Punch gesehen? Leider nicht. Wollte die ganze Zeit schießen, komm gerade um die Ecke und seh wie du ihm ins Gesicht schlägst. Da hat er direkt ne Schelle gekriegt. Nicht mal teilen wollte er. Ja, das ist ja ziemlich gerecht.